Hallo, liebe Reva-DJ-Fans, Party! Ja, es geht um die 28 Suchmaschinen im Portal, so wie hier, Action, Action, Aliens, die erste Begegnung. Ja, und MyMusic, aber ich bin kein Google-Faker, wo 50% gefakt wird überall, 50% wird gefakt. Aber die Zeit kommt noch, das wird Google noch erfahren, Milliarden-Business, wo 50%, wo die ganz Kleinen weggefakt werden. Ja, und das sind schon einige Millionen. Ja, aber den Text werden Sie noch irgendwann mal sehen, früher oder später. Und ich muss keine Milliarde verdienen, die können mich jetzt schon am Arsch lecken, dann habe ich eine andere eigene Suchmaschine. Ohne den Verbreitungen, Scheiße. Ja, nur, dass du gesagt hast, es gibt eine Lösung. Und dann komme ich schneller ans Ziel. Aber dass es halt, dass es halt nur Scheiß-Klicks sind, Scheiß-Klicks sind, nur Fake-Klicks, 50% bei sehr vielen Sachen, das ist... Könnt ihr Google vergessen bei den Fake-Klicks. Bei Gratis ist es okay, aber nicht Fake-Klicks. Und, äh, könnte man aber einiges verbessern. Okay, ein paar Ideen habt ihr ja geklaut vor 20 Jahren. Egal, das waren die alten, die alten Entwicklungs-Ideen. Aber jetzt diese, habt ihr keinen Plan. Okay, dann ist es bald soweit. Und, äh, Party... Und ist jährlich ab 50 Euro, ab 50. Das andere werde ich mir noch überlegen. Ciao, Reva, DJ!